hallo ist martin von money monkeys das ist die dax analyse für nun mittwoch den 15.02.2023 und unser dax hat heute intraday etwas eine komische bewegung gelegt also das sah schon gewöhnungsbedürftig aus das dürfte auch bestimmt den ein oder anderen ein bisschen gefoppt haben oben antäuschen unten antäuschen hin und her hin und her betrachten wir aber das was wir gestern gesagt haben hinsichtlich sks formation dass aus dem bereich hier 490 55 gut und gerne dann eben auch die zweite schulter stellen kann um sich dann nach unten zu drücken 300 zu gehen zu brechen und auszulösen ist eigentlich gut auf course das muss man schon sagen auch wenn es intraday ein übelstes gefummel war wie das den hoch und runter gezerrt hat von der ausgangslage her per tagesschuss gefällt mir allerdings nicht so ganz denn wir haben eine schöne impulsive erste bewegungsabschnittstrecke hier drin wir haben eine schöne wunderschöne rote einleitungskerze drin hat die eben auch bewegung nach unten jetzt ich sag mal pulsiv vorgeben kann aber wie wir das gestern gesagt haben der muss eben da auch drunter geht er jetzt noch weiter hoch nachdem er hier jetzt eigentlich so impulsiv nach unten schon angezogen hat kann ich mir fast gar nicht vorstellen dass die 550 dann das trotzdem noch mal reist wobei man hier auch in der bewegung ja schon sagen muss das sah schon oft aus wie es ist ja fertig und dann dachte man okay naja wenn er jetzt noch mal neues hoch macht dann rennt aber nach oben durch und dann kann man wieder runter also es ist definitiv ein bereich der hier gut verkauft wird momentan aber es ist halt auch noch das ist noch nicht der ausreichende druck drauf der eben kommt um so ein muster aufzulösen aber muss es ja hier auch nicht denn der druck der muss deck der entsteht hier unten rein aus dem psychologischen prozess was man in dem letzten video erklärt haben also das entsteht ja ohnehin erst hier unten entsteht der druck deswegen ist ja hier unten dann auch quasi ich will nicht sagen short freigabe aber ab dem punkt nach unten raus eben dann ist einfacher einfach auf der short seite zu arbeiten ich bleibe aber trotzdem dabei dass man hier sich nicht zu dolle verkämpfen sollte auf short seite wenn man nicht merkt dass der markt das auch wirklich will und momentan bin ich mir nicht so sich ob der das wirklich will der zickt nämlich richtig rum er hat eine wunderschöne einleitungskerze sieht traumhaft aus ist ich bin also ich finde es schön wenn er hätte zum mittwoch nach unten richtig an sieht sich unter das tiefe am dienstag liegt und einfach weiter schiebt mal in die 300 272 wieder reingeht aber wie gesagt wenn der höher geht ich persönlich würde davon ausgehen dass die 655 jetzt nicht hält dass es dann gar keine sks wird und er einfach über 6 30 in die 57 reinsteigt wenn er hier jetzt nicht bald den punkt weil er hat jetzt alles was er braucht wenn du da jetzt nicht die drehung rein kriegt ja er kann die von 55 auch mal bringen das ist ist wirklich so aber so weiß ich weiß nicht das wäre mir vom es wäre mir fast zu spät also das ist die vorlage eigentlich jetzt die sollte nutzen nutze die nicht macht er sich viel zu anfällig ein schönes short squeeze hier einzustellen bis 57 bis donnerstag nachmittag dann durchzuziehen ja also abwärts gebreien und runter sowas ja perfekt ja abwärts gebreien offen lassen runter wieder in die kante stellen nächsten tag abwarten und dann klub einmal unten aus der kante raus springen der perfekte ablauf um zu shorten dann würde ich vielleicht auch intraday short suchen aber wenn der da jetzt hoch macht ich würde ich persönlich hätte keine lust zu suchen ganz ehrlich das wäre mir einfach zu heiß dass der nicht nach oben da würde ich eher noch versuchen noch rein zu drücken ja auch wenn ich das sks szenario im kopf habe würde ich dann eher versuchen nach oben wohin mir meine punkte zu holen einfach weil er eben auch bis 6 30 57 dann wieder durch rennen kann ja und ich glaube so können man das auch die analyse eigentlich zu machen weil die marken haben sich nicht verändert wir sind ja genau in dem szenario was wir beschrieben haben die sks ist noch möglich in der sks aktiviert sich aber immer erst mit bruch der nackenlinie das heißt bis dahin vergeht nach etwas zeit und wir haben klar gesagt man muss sehen dass der fallen soll oder will auch und dieses gezerre hier wenn er sich drunter liegt fein okay bin ich dabei dann dann gib ihm dann mal mindestens ans band ran hier irgendwie 300 270 das war erst mal mindestens eine herausforderung macht er das zum mittwoch ist immer gut auf course kann die sks weiter beliebt werden aber sehen wir das nicht und er turnt uns über 500 rum und er turnt dann auch über 55 rum denn 6 30 57 gehandelt egal ob es mir gefällt oder nicht was ganz man auch nicht aussuchen dann halt da wo der markt hingeht müssen wir versuchen uns geld zu verdienen mitzugehen die punkte zu holen ja insofern freunde ich würde hier das video jetzt schon zu machen wir brauchen ja letztendlich auch nichts weiter besprechen ist alles gestern schon in vorbereitung sag ich mal geschehen der markt ist jetzt in diesem sind nachher was wir besprochen haben drin und von daher muss man mittwoch bringt wenn ich euch viel erfolg gutes klingeln muss man schon bedingt am mittwoch da jetzt schon drauf antreten kann das durchaus auch abwarten und weil ich meine die bewegung hinten raus wird schöner als hier in diesem gemächer drum a hoch die schrecke in die 57 die wird toll wenn klar ist es ist kein sks und b wenn die sks bricht und das hier nach unten freitritt lässt sich das bestimmt auch schön train also schöner wie das gemächer außer man steht auf so ein seitwärts geschiebe gibt ja auch viele den liegt das gut dann go for it also vorne bis morgen tschüss